recht herzlich willkommen zur 28 folge von avorion ja wir haben letztes mal hier das bier abgegeben und jetzt hat man keinen auftrag wir können noch mal reingucken ob wir doch einen jetzt noch kriegen aber ich glaube nicht dass sich da was geändert hat schwarzes brett keine auftrags verfügung ich wollte noch mal und dann reparaturschiff bauen reparatur doc ist wohl nichts kaputt so wie das aussieht anheuern brauchen wir das das sind wir hier wenn woanders gucken und der planet dahinter sieht schon cool aus oder güter verkaufen reparatur da waren wir gerade toll ich wollte rekonstruktions ort setzen ok ich glaube wir sind jetzt hier gerade falsch unterwegs noch mal raus glaube das war ganz schlecht das wollte ich jetzt nicht schießen so shift taste dahin so personal da haben wir noch genug noch über leute noch zu viel so nicht über sondern zu viel an bord hier müssen wir dann auch mal weiter gucken da haben wir unsere waffen 3 hier müssen wir mal gucken dass wir noch was machen größer werden frachtraum hier haben wir energie produzierte energie immer mehr das ist schon mal gut ok alles ist auf 100 prozent schiff systeme games erhaltung ok neue staffel ich habe jetzt kein aber das ist ja cooler man docking dingen bei uns eingebaut weiß ich gar nicht oder ist das dass wenn man überhaupt schiffe baut das kann natürlich auch noch seine was ist das denn ok jäger staffel ok schiffschutzgruppe nochmal weg dann ist das auch weg oder nicht besitze hinten sind zu ok dann erstmal genug geguckt jetzt schiff ist soweit ok ist auch nichts im grünen bereich oder so beim roten nicht im grünen entfernen wir uns mal gerade ein bisserl wangst du sie da wieder rein schieße so da kommt jemand ja was machen wir karte haben wir hier ist immer hier alles drinnen schiffswerft ist das einzigste was hier gibt ok dann bedeutet dass wir können auch gleich weg fliegen in dem sinne weil weil haben wir nochmal das f güter verkaufen sollten wir vielleicht noch darüber nachdenken geht da was und wir haben ja keine güter mit das ist ja das entscheidende dann drücken wir nochmal f guck nochmal kuh haben wir geguckt rekonstruiert reparturschiff und schiff schiff bauen haben wir noch nicht gemacht ne kostet schiffseisen 63 was ist das für ein schiff schiffswerft skalierung volumen einzelner block und schiff versicherung crew und captain steil zieht keine ahnung eisen tatan schiff wird dann anders oder wie sehe ich das eisen haben wir nix die wir haben sogar mehr titan wie eisen ok weiß aber nicht was wir da ich glaube das lassen wir erstmal sein dieses kleine schiff mal wir müssen erst wieder rohstoffe haben sub raumsignalen erfasst ok so ja fliegen wir mal ein stück weg so sie haben was schönes zum abbauen nur eisen so wie man da sieht brauchen wir also nicht Warte mal da war eisen und da ist eisen das ist alles ok gut dann machen wir die karte und wir springen mal besser hier weg also besser nicht aber wir springen mal weg weiß nicht was das für ein signal ist ist hier irgendwo ein grüner punkt der sich auf diese seite auftut nein ok dann würde ich sagen liegen wir da hin da ist das punktor berechnen wir mal bitte und hin da so da sind wir was ist das sieht aus wie eine baumplantage oder so äh sport biotop ich will nicht wir können das ja mit F da auch machen was haben die denn hier keine aufträge leider und was könnte man da kaufen Güter verkaufen hm kaufen kann man da nichts oder was nicht kuh anheuern würde auch da gehen sehr interessant dann lass uns mal gucken ob wir noch was anderes finden hier das ist der flieger das ist das biotop karte gibt es wirklich nur ein biotop hier sieht wohl so aus jetzt kommen wir nicht weiter in dieser richtung wo wir eigentlich hin wollen dann nehmen wir halt die koordinate der irgendwo unterwegs ist gucken dass wir da hinkommen berechnet können wir schon ja wir können schon wunderbar jetzt würde ich sagen springen wir zu dem knoten hin weil wir dann über dieses system fliegen können was ja auch nicht schlecht ist ja machen wir einfach mal hier war ja nichts sieht man ja sprungroute war nicht berechnet ich dachte dieses blieb wäre es gewesen die besatzung wurde vorher bezahlt das war es okay gut signale werden stärker das ist klar dass da was los ist handelsposten reparatur dock handelsposten 2 sogar ressourcen depot und handelsposten 3 das ist ein sprungtor auf jeden fall noch ein sprungtor da unten ist dann das reparatur dock das mal gerade mit f reingucken was wir da kriegen könnten da geht sogar was die brauchen 40 fusionskerne aber ich weiß nicht woher die kommen sollten wir das akzeptieren und einmal machen belohnung ist natürlich wow wo kriegen wir die nur her das die frage zeit limit 30 eine gruppe kommt der schiff ist erschienen kann ja sein aber ich müsste jetzt erfahren wo ich die herkriege ne fusions gerne in 30 minuten da oben ist noch was handelsposten kaufen verkaufen vielleicht haben die hier 40 fusionskerne haben sie nicht das wäre auch zu einfach gewesen aber hier können wir verkaufen aber da haben wir ja nichts von was ist das ressourcen depot was haben die denn schönes da hat das brattmaterialienhandel ok da kriegen wir das anderes los die haben das und titan hätten wir das können wir hier verkaufen ne aber titan wollen wir gar nicht verkaufen so die beiden haben wir da rechts sind die anderen beiden oh das eine ist ja ganz nah hier ne ja lizenz für besondere güter kaufen ok stolen cargo transport lizenz na guck mal da brauchen wir 100.000 das haben wir ja schon mal nicht schwarzes brett was haben sie denn nix da oben das hat nur reparatur da ist noch der andere handelsposten die haben das gleiche in grün und keine aufträge verfügbar ok das bedeutet hier sind wir jetzt nicht unbedingt top unterwegs das war ein sprungtor da oben ist eins wo geht es denn süd südost ne das ist das nicht nordost ich hätte gern nordwest ist da noch eins da ist noch eins da vorne wird gekämpft west südwest mach mal die karte auf ach ich muss erst nach nordost ok alles klar dann war es das ne ja dann geht es dahin würde ich sagen fusionsreaktoren ist dann jetzt die frage ob wir die irgendwo kriegen oder nicht müssen wir mal schauen sieht aber milchig aus dahinter ne ok das sieht tatsächlich in der gleichen farbe aus wie der sektor danach ist interessant so sind wir hier schon ganz viele schöne sachen ne drei schäfer von handelsposten operaturdock das hausendepot handelsposten handelsposten das ist auch noch einer rechts ist ein tor was da unten das ist ein ressourcendepot die ressourcen haben die denn hier achso das waren die ressourcen ja ok ne da wollen wir nicht weiter gucken wir müssen jetzt nach nordost ist das das nordost tor äh nordwest ost nordost tor nein das ist es dann nicht nordwest tor da müssen wir hin dann gucken wir mal was wir da vorfinden auf jeden fall im grünen sektor so wie das aussieht momentan ich habe Angst dass ich davor knalle so Solarkraftwerk was machen die Energiezellen machen die ich schätze mal ich muss die selbst zusammenbauen nachher noch eher diese Reaktoren da Schütztürme kann man hier sogar bauen sehr interessant ok das wollen wir jetzt aber nicht machen wir haben rechts noch was das ist das sowas nicht wo ne dann eher da Gaskollektor was macht der denn schwarzes Brett hat ja auch nix ach dann gehen wir ja mal raus ok sehr interessant Gase gibt es hier Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff ok da oben ist ein Tor da unten ist noch was Edelmetallmine haben wir hier schwarzes Brett nix verfügbar welches Edelmetall gibt es denn hier wenn Silber und Platin könnte man natürlich jetzt was von kaufen ne und das irgendwo anders verkaufen so was war da Solarkraftwerk ich glaube das war es dann schon wieder ne war das denn die richtige Stelle hier Waffenfabrik ne Waffenfabrik ach doch das ist ja hier die Waffenfabrik na genau die war es dann nicht Holzfarm Holzfarm Kupfermine das wäre ein Sprungtor gewesen Edelmetalle Handelsposten Ressourcen-Lockchips-Werft Fischfarm, Düngemittel, Gemüsefarm Essensregelfabrik auch cool Nanobotfabrik Nanobotfabrik Bildschirmfabrik Energiegeneratorfabrik oh das könnte was sein ich glaube wir müssen da mal hinfliegen noch zwei Sprungtore sind das dann das ist Nord West Nord Nord West okay wird sein so wir müssen nur den Punkt nicht vergessen wo wir dann wieder hin müssen wenn wir in den 40 Fusionsreaktoren werden ne aber die können wir auch erst holen und dann das noch annehmen wenn es dann da noch da ist ist das nächste ne hopp okay kein Sektor ausgewählt die haben wir aus Versehen zweimal gedrückt weil es nicht voran ging ne was ist das denn hier das ist die Holzfarm was gibt es denn hier am schwarzen Bad die 150 Energiezellen brauchen die die hatten wir vorhin irgendwo erstmal anlesen ne ja da würde ich jetzt sagen machen wir ne machen wir grad noch mal die Karte auf weil das war war das der Punkt davor Solarkraftwerk ich glaube das war da oder da ja ich glaube das Solarkraftwerk war das holz und holz und sauerstoff haben die das kaufen die sogar 116 den sauerstoff den habe ich da auch irgendwo gehabt 116 den sauerstoff dann soll nochmal gucken ne das akzeptieren war und dann fliegen wir da zurück da müssen wir mal raus weil wir müssen ja hier das Tor wieder verwenden ne da brauchen wir ja nicht da lang da einmal rein das war falsch F das war falsch F der Preis ist identisch oder so jetzt brauche ich aber noch die war das nicht hier doch da unten Solarkraftwerk Güter handeln Energiezellen 150 kann nur 15 kaufen weil mein Raum wahrscheinlich zu klein ist ne Vorrat 15 toll andocken klar das haben wir auch wieder vergessen schnell mal hin wer ist denn das oder wo ist denn das das hier ne ist das eingebilder sieht wohl so aus was das da fliegt gerade einer weg ok jetzt habe ich es verstanden das ist das verkehrte das ist das richtige ok näher an die ne F wie doppel so so die haben wir gekauft die haben wir jetzt keine Vorräte mehr hm wenn ich dann wieder docke ok das geht relativ zügig muss ich nur gerade raus warten bis die wieder nach produziert haben sehen wir an dem Balken da links sollten wir hinkriegen 10 mal das ganze so produziert schon geht hier was mit aktualisieren der 5 nein geht nicht ok die 4 ja doch es ändert sich auch während des laufenden Betriebes wie man sieht aber ich sehe jetzt nicht wie viel ich gerade gekauft habe ne wie viel ich im Bauch habe in Anführungsstrichen im Bauch ist gut Schiffsmenü habe ich habe ich Vorrat 46 50 gut dann müssen wir das eigentlich hinkriegen ne Credits dürfte nicht das Problem sein oder so 12 Einheiten nochmal 62 ich weiß nicht wofür hier der untere Balken ist und der obenohr ist definitiv eine Rutsche hier vier Stück aber wenn der oberen Balken verschwindet kommen hier vierer dazu wo der untere keine Ahnung 70 die Station wächst dass das Mehrwert keine Ahnung so maximal 150 steht da keine Ahnung was das wieder heißt kriegen auf jeden Fall 150 zusammen 142 also das ist das Maximum was die hier haben können das ist der Vorrat den sie produzieren um ihn zu verkaufen so könnte das wohl sein schwer zu verstehen ne gut ja dauert jetzt einen kleinen Moment bis die fertig sind ne zehnmal zehnmal müssen wir noch warten bis das produziert ist neunmal noch achtmal 34 Credits kaufte kosten die steigert sich da auch ne oder oder ne doch nicht jetzt wieder nur eins hm 34 brauchen wir noch drei ne 20 sogar nur noch kommt schon dieses maximal hier das wirst ich dann auch noch für das gut ist ändert sich der preis ja wenn da mehr ist dann wird der preis auch günstiger interessant dann sollten warten bis da 15 sind noch kommt man sich auch billiger ein jeden fall wir raten greifen den sektor an na dann für 23 gekauft ja einer fehlt jetzt noch wir können aber auch einkaufen sehe ich gerade so oder jetzt aus Versehen 1 so jetzt haben wir unsere 50 jetzt können wir das hier verlassen zum tor zurück und dann würde ich sagen auf zu der zelle zu dem auftrag und ja dann machen wir in der nächsten folge weiter würde ich sagen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann